Ja, ich bin schon da. Im Hotel. Wo seid ihr? Genau. Wo? Welcher Stock? Zweiter Stock. Ich komme rauf. Okay, tschau. Ja. Wie oft noch? Ich habe schon das Mal gesehen, was ihr machen müsst, oder? Mit der Ware. Ja, wie dumm seid ihr eigentlich? Genau das macht ihr. Unglaublich. Sie sind hier. Was ist eine Pretty Girl? Es gibt viele Pretty Girls in Gerewan. Wo ist die Iranian-Mann? Du willst ein Problem mit mir? Du hast mich blamiert. Ja! Bring's in der Dusche. Sollte ich waschen gehen und mach's fertig. Okay? Ja. It's better for you. You work with me. Aber das Mädchen will ich gesund haben. Schau dich mal um die Leute hier anschauen. Wie benehmst du dich hier? Ey verdammte Scheiße nochmal, ich sag dir was. Sie ist nicht deine Frau, sie ist deine Schwester. Ja. Ich sage das. Sie ist deine Frau. Ja, ich sage es dir. Ich sage es dir. Ich sage es mir. Sie ist deine Frau. Nein, Herr says! Schirin! Schirin, beruhet Gassam, je kikisch nur peidamikonamu, mifes amundonja. Schapur, du kannst es nicht mehr ändern. Hättest du besser auf die Schiene aufgepasst? Bitte? Ist das jetzt in Ernst? Nein. Mein letztes Fahrt klingt doch gut. Was ist denn? Geht doch mit mir! 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 Ich habe einen Namen für einen Annochen. Annochen? Ja. Geht doch mit dir? Ja. Ich habe einen schönen kleinen Riesel. Ich habe einen schönen Riesel. Da ich habe einen Riesel. Ich habe mich nicht mehr als Aufmerksamkeit gemacht. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Ich werde den Motor herunternehmen. Ich werde den Motor nicht mehr überlegen. Ich werde den Motor nicht mehr überlegen. Ich weiß nicht, was er ist? Aber... ... dieser Mann hat mir nur ein Bokser gemacht. Ein Bokserer, der für ein Bokser ist, 10 Jahre alt. Warum willst du dich nicht? Ich will... ... er will nicht. Aber er will er? Ja, ich kann es nicht. Ja, Mann! Komm, Eva. Sabrina. Ich dachte, du wärst tot. Dein Vater hat mich eingesperrt, wie ein Hund. Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot.